So, ich hab's gleich. Hahaha, Kokosöl! Ja, ich freue mich immer so über Kokosöl. Seit ihr das für uns entdeckt habt, das ist so toll. Ich liebe Kokosöl. Und Schnurri, 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 du liebst das auch. Wo bist du denn? Ja, Kalli, nicht knurren. Ach, so schön. Das ist so genial. Und die Gläser sind auch schön. Ich hebe natürlich leere Gläser immer auf. Ne, im Sommer was drin einmachen. Ne, mal Tomädchen oder so. Dieses Jahr wollte ich Tomaten eigentlich endlich mal wieder einmachen, aber es gab ja kaum Tomaten. Hat ja gerade mal zum Frischessen gereicht. Oh, super! Und da sind so Gläschen super. Ich verschenke die auch sonst an Freunde. Leere Gläser sind super. Ich sehe zu, dass ich alles im Glas kaufe. Auch so Senf und sowas. Ne, Gläser sind gut. Ne? Und mal hier. Und hab ich so einen Liebenschluffen, ne? Habt ihr genug genascht? Morgens nochmal naschi, naschi, ne? Wo ist der einzige Hund, der wieder ein Halsband trägt? Weil, genau, das klingelt, ne? Da ist noch von Molly die Steuermarke dran, ne? Ja, von früher noch, ne? Von aneroses Wufi. Ne, mit's klingelt, mit ich dich höre mit. Ich weiß, du bist noch auf dem Grundstück und nicht auf Wanderschaft, ne? Deswegen bist du jetzt im Halsband verdammt. Ja. Im Winter zumindest. Ne, da ist das so dunkel. Ne? Der ist ja nun mal auch schwarz. Aber so höre ich den dann. Wenn ich den nicht höre, weiß ich Bescheid. Dann habe ich wieder ein Loch zu flicken am nächsten Morgen. Aber die letzten Tage, ne? Ja. Habe ich immer die Türe zugelassen, ne? Hatet ihr Pech? Ja. Wartet, das kriege ich so nicht.